Musik Herzlich Willkommen auch heute zur gewohnten Zeit zu Hoffnung um 12. Es ist Ostermorgen und man begrüßt sich, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Und das ist wunderbar, dass wir das in Ostern feiern dürfen. Und in Deutschland ist ja heute Feiertag. Und deshalb sind auch alle unsere Mitarbeiter, die in der Hotline oder Social Media sind, auch im Urlaub bzw. sie haben frei. Deshalb werden wir heute keine Sendung machen. Wir sehen uns morgen wieder. Aber du darfst uns trotzdem deine Anliegen mitteilen. Es wird aber erst morgen bearbeitet. Es ist wunderbar. Erlebe Ostern in der ganzen Fülle. Erlebe den lebendigen Herrn in der ganzen Fülle. Lass es dir gut gehen, auch in dieser Zeit. Denn Gott ist mit dir. Und wir freuen uns, wenn du uns trotzdem schreibst und dein Gebetsanliegen mitteilst. Und wir wünschen dir noch einen gesegneten Tag. Alles Gute und morgen wieder in voller Länge. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020